Hallo zusammen und es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Die Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Wir befinden uns in der sechsten Woche Fortnite Chapter 2 Season 7. Und in den legendären Aufträgen müssen wir mal wieder von Sloan Anweisungen bei einem Münztelefon erhalten. Das gab es ja jetzt in letzter Zeit schon öfter. So, dann mal auf zu einem Münztelefon. Ich nehme gleich das allererste oder eins der ersten hier vorne, würde ich sagen. Ja, entweder das hier oder das. Ich nehme das. Ich hoffe nämlich, dass ich da in der Nähe auch dann gleich noch diese Alienbäume binde. Die Entführungslage ist an einem kritischen Punkt. Wir müssen das sofort in den Griff bekommen. Wir brauchen jemanden vor Ort bei einem heumlichen Traum. Wir brauchen ihn auf unserer Seite lebend. Vielleicht kannst du ihn mit Vorräten bestechen. Der Mann hamst das gern. So, damit scheint dieser Auftrag jetzt abgeschlossen zu sein. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. June. See ya appears unter Witches. But is nicht nur das geil. Je��. Genauıyyuß. Da ist das in der Nacht. Das hier ist einwand. Vielen Dank.